So, herzlich willkommen zurück zu Forst Token. Ich bin der Wooster und ja, wir sind jetzt jetzt mal hier stehen geblieben beim aktivieren des Glockentorms. Ich würde jetzt einfach unsere Reise hier fortsetzen. Kisten noch einsammeln und dann die Richtung mal laufen. Dann haben wir noch irgendwie Magie... Ah, hier unten. Ja, haben wir aufgewertet. Ja, hier unten. Ja, hier unten. Ich sehe jetzt leider nicht von wo wir dann abspringen sollen. Das ist auf jeden Fall höher schon mal hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man von der niedrigeren Stelle, was da war, höher kommt. Da hinten ist wieder so ein Drachen. Das war hier oben, ja. Und die Fiste war dahinter. Hinter dem Berg. Unter dem Berg. Ja, hier hoch auf jeden Fall. Komme ich von da unten wieder hier hoch. Und noch als erstes mal hier hoch. Okay, das war jetzt unerwartet. Das war jetzt unerwartet. Das war jetzt unerwartet. Das ist in die Richtung, wie ich dachte, man kommt hoch. Ich bin schnell des Mann ab. So. Ich bin von da da rüber. Tamifister. Wir sind wieder solche Drachen. Ich bin da rüber. Es sind wieder solche Drachen. Okay, ich bin der noch gar nicht. Hm? So, eigentlich will ich ja da hoch Da ist ja ne Bucke Okay, versuchen wir mal über die Bucke hochzukommen So, da sammeln wir natürlich so ein Stuff ein Bei jedes Mana, was wir jetzt dann haben Können wir später, wo wir die nächste Tanta besiegt haben Dann schätze ich mal, wird es die nächste Magie Art geben Und jedes Mana, was wir dann haben Können wir natürlich dann schon versuchen Wieder in neue geile Spells zu stecken Ist ja auf jeden Fall so das Ziel Da oben Da hin wollen wir erst mal So, dann schauen wir mal Aber Liebe ist glaube ich TP-Erhöhung Dann haben wir einen Heileffekt Sehr gut So, dann suchen wir uns mal die Piste, die hier unten ist Einen Mob zu sehen Ah! Bereit? So lebt So lebt Immer bereit So, okay Dann hätten wir das erledigt Hier hinten Genau, das haben wir oben schon gesehen Dann gehts hier in die Richtung Machen wir Motanten Hinter Motanten dann machen wir Piste Wir haben die ja bis jetzt immer verkraftet Einfach um Platz zu haben Um mehr zu sammeln Weil im Prinzip sammelt man So wie ich das jetzt verstanden habe Grundmaterialien Und die kann man dann an der Werkbank Aufwerten Das waren jetzt zwei oder drei verschiedene Stufen Kommt drauf an wie man zählen möchte Wenn man die Grundmachs rechnet Wahrscheinlich drei Stufen Ich glaube man konnte zweimal Das Material aufwerten Aber es kann auch sein, dass später noch eine Stufe gibt Mit anderer Magie Kann man vielleicht Ja, vielleicht kann man ja auch Zwei Sachen kombinieren Oder so, ne Dass man dann Das zwei Mags dann Und ein super Material herstellt Für Fürs Kraften Bis jetzt habe ich das so verstanden Das Material was man hier findet Und aufwertet Dann eigentlich dazu da Um sein Gier Zu verbessern Die höheren Stufen zu bringen Und diese Diese machen sich dann erst stärker So den großen Unterschied Zwischen den Ausrüstungsteilen Die man bis jetzt gefunden hat Und Und Die neuen Sachen Unterscheiden sich jetzt nicht wirklich dramatisch Ja, hier und da ist mal ein Wert Höher Aber ich glaube, dass man die anderen Werte Die man jetzt noch nicht verändern kann Später auch verändern kann Und Dann Ist es wahrscheinlich irrelevant Welches Kleidungsstück man anhat Man nimmt dann einfach das Was Wahrscheinlich einem optisch am besten gefällt Und Wo wird man da schon eingrammeln Und Wo wird man da schon eingrammeln Ah Hier unten war das Das Betührende Dorf Also Ruinen Die Sehen da eine Information Tyrannei In Tyrannei Mob hat sich gedrängt zu gehen Aber Anstatt zu fliehen Haben sie Seiler vertraut Ich glaube Das Das Super ist Und Vielleicht waren ihre ersten Absichten ja auch nicht böse Sondern Das Ganz klar ist ja noch nicht Wie Der Bruch Ob der jetzt von wem ausgelöst worden ist Oder Ob der Bruch Dann die anderen Einfach Ja Gefallen hat Und Dass dann eine Reaktion drauf war Aber ich hoffe mal das wird sich dann noch Ja Erschließen was hier genau passiert ist Hier ist die letzte Kiste Wenn wir die einsammeln kommen wahrscheinlich Leute Noch nicht Bei der So Hier ist ein Bild Ja Ruhe der Landschaften Die gute alte Zeit Hier war es mal richtig schön Ja Das war es wohl Echt nicht gut вот auf Die Das war Die 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 Okay. Da ist noch einer. Dass er mich zweimal trifft, ist ja echt. Wir müssen schauen, dass wir das Tinseln voll bekommen. Das würde ich gerne. Ja. Ja, was wir haben, haben wir. Das müssen wir dann später nicht besorgen. Und die Erfahrung aus anderen Spielen natürlich sagt mir, ja, was du unterwegs einsammeln kannst, ist, nimm es einfach mit, wenn es vor viel ist. Später, wenn du dann in die Ausrüstung optimieren möchtest, dies, das. Der Winkel muss stimmen. Ja, das haben wir. So was wir machen. Ja. 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 Da gleich die Ulti rein, 4000 Damage, es schmeckt auf jeden Fall. Okay, wir haben die Niederlocken. So, schauen wir gleich mal, ob ich es hatte. Okay, wir haben nur einen Slash, noch nicht frei und dann hier. Auf gehts. Okay, wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Okay. Okay, wir haben nur einen Slash. Das waren alle. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben unsere Lieblingsfreunde wieder. Wir haben nur einen Slash, wir haben nur einen Slash. Wir haben eine Slash, wir haben eine Slash, wir haben nur einen Slash. bloß hier ein Höhler, die wirkt so auf jeden Fall hier hinten waren noch die Kiste, aber die waren so nach oben ich muss noch schnell da hoch flitzen so so die Flugdinger können echt nervig werden äh sein das ist aber nichts mehr, oder? oh 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 es war nicht so gut geplant, aber ok Minera hier scheint echt was los zu sein Flugviecher ich frage ob man sich von vorne nach hinten durchschmetzelt, oder? ich frage ob man sich von vorne durchschmetzelt, oder? ja ich frage ob man sich von vorne durchschmetzelt ja 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 eine gute Position zu finden für die Ulti da hoffen wir, dass mal ein paar von die von die Liegefächer wegbekommen er ist auf alles mit die hat das war hier ja das Ich mach mal hier den Flugzeug, ja? Ich mache ihn nicht. Ich mache ihn nicht. Oh, gut! ich bin zuerst dann lasst es Finishing die ganzen Frant sehr gut wieder ein Damage mehr flat das ist ein Riesending, Alter da ist die Frage ob man von unten da hochkommt eigentlich nicht ganz oben die holen wir dann wenn wir hier hinten sind da oben das ist hier unten das ist hier unten gut wenn er sich so weg dreht ist es natürlich nice weil dann ich habe das Gefühl von der Seite ist meistens kritische Treffer von hinten nicht immer aber auch von hinten trifft man es schlecht oder nicht so oft das Gefühl zumindest da oben ok wir kommen dieses Zell da hoch das ist ja das ist keine Ich versuche irgendwo einen Punkt zu finden, ah, vier Punkte nach oben, eventuell Okay Ok, dann sind wir schon mal hier auf der Seite, ob man da jetzt wirklich hochkommt wahrscheinlich nichts, sondern das ist nur so rüber zu springen, dann schauen wir mal hier auf die Seite, ob man hier hochkommt. Event veredelt das nicht in so einem Hinnamen dran. Ok. Ok. jetzt nur nicht runter glaschen und noch mal lauschen noch etwas für den Drakken-Bolt 1,2 Mana 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 Oh, 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 oh. Das ist der höchste Punkt, was sollten wir schaffen, da hin? Mal schauen, wie die Hilfe kommen. Was sollte denn noch auf dem Bergkamm bleiben? Wir müssen wahrscheinlich hier oben bleiben, oder? In Akkutik? Okay, wo ist das Fokus? Oh, drüben. Lass hier oben bleiben, von oben runter springen ist einfacher als aufzuklettern. Hier ist abgestimmt. Ja. Tut es sei Dank. Hm? Hm? es fühlt sich irgendwie immer so crazy an einfach ein kilometer runter zu fallen aber solange man ja ausdauer hat kein problem aber schneller da als ich gedacht bitte ist Das war's. Nein. Das wird genial so. Wart's ab, bis die Kids das sehen. Wenn sie das sehen, werden sie sich sicher freuen. Was haben wir noch nicht in Ruhe-Mana? ok dann fahren wir mal hier in die Zuflucht dass es hier irgendwie neue Informationen gibt die Platzen sind am Stab ich weiß nicht, den anderen Platzen wer geht zum Buch warum ist der Hesse vergangen nein, wir können sogar uns regenerieren dann machen wir das kurz da werden wir noch einen neuen Zauber erlernen oder versuchen zu verbessern das mit dem Schild habe ich nicht schwierig da kann man hier ist es immer dabei ok ok schauen wir mal ob wir uns verbessern können und hier sieht man einfach mal, wenn man hat den Kristall, der wird dann halt einmal verwandelt, zweimal verwandelt die Reihenfolge ist manchmal nicht so ganz nah genau genau, jetzt geht es hier oben weiter wieder da war mit einem Pass zum Damage her würde jetzt erst mal nichts weiter investieren dann schauen wir auf die karte wir wollen hier unten in die schlucht jetzt zwei sachen ja 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 dann kann ich mal was richtig was zur hölle soll das? ich bin nicht ganz sicher sei vorsichtig okay wieder eine challenge der rasende räuber ist jetzt allerdings noch so hoch bevor die zeit ablaufen geht also wie wenigstens ja ja Okay, wir müssen hier die Sippe wieder. Zermite Jetzt habe ich die Ulti aufgehoben, hier ist Engststelle, wenn die alle hier reinbrennen wäre es so nice Ja, sicher fremden, der neben mir Okay Okay Ah Zum Schluss ein Treffer kassiert hätte nicht sein müssen aber Okay Hat uns sicher jetzt die Werte ein bisschen versaut Ne, wir haben es noch geschafft mit der 5 Sterne, sehr gut Daher sind da Wenn ich zuerst sehe, aber Alles klar. Ich habe nur gesehen, die Mine ist gerade ready und dann sie einfach planken. So, dann hätte man das hier hinten abgeschossen, sehr gut. Lass es zum Glockenkurm laufen, dann können wir glaube ich hier das Gebiet aufdecken. Okay. Okay. Das war's. Ich dachte, ich bin schon, dass da oben noch was ist. Ich dachte, ich bin schon, dass da oben noch was ist. Das ist wahrscheinlich hier das Lagerfeuer. 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 ich habe jetzt nicht so viel Spannung gerast so und dann ist der Kottenturm ok ich denke ich habe hier die Kottenturm gelegt ok gut dann ist das also dann ist der Plan und damit wir in Ruhe Luchten können die The Light schön dass er auch hängen bleiben kann an den kanten ist das dann fair für alle ja 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 Ja. Jetzt sind wir die Bind rüber gelaufen, über die Viecher. Den machen wir gleich. Also ein Lager. Die Bind rüber gelaufen. Ja. Nein. Geben. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Leider sehr unspektakulär, das Ganze Ich habe irgendwie nach mehr ausgeschaut Vielleicht im ersten Moment Ich habe irgendwie nicht mehr Ich habe irgendwie nicht mehr Okay. Is this the scene? No. And up with it. Is this the scene? Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. So wenn wir.. wenn wir zuerst eigentlich hin sollten Ah! Was ist das? Ja, ein bisschen Trost aus das ganze hier, die Gegend, dann haben wir uns hier die Pisten, ne? Ja, ne? Ja, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Okay, 5 auf Descent. Und überschreibt er das. Irgendwas schon mal auf dem Akku klickt? Ja, da kann ich den Akku klicken schauen. Kuchen auf der Ruine, okay. Und hier müssen wir uns. Okay, dann ist das. Wir sind sie erst zu 5 zerlassen Wir sind ein bisschen besser hier ist er war zwar nicht so geplant aber hier sind nur Alkommunze wir laufen zuerst da rüber hier sind wir auf die 3 wir versuchen auf der höhe zu bleiben dann brauchen wir nicht mehr schloss los blöd 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 ähm, erst nicht gesehen, aber nicht gesehen, aber Ach, die Ulti ist schon bereit Bereit? Gah! Gah! Wo ist die 4? Ich dachte, wir kommen schon da, aber nicht ganz Ich bin schon bereit Ich bin schon bereit Ich bin schon bereit um um Das war's für heute. das ist Okay. Englisch wollten wir ja 1-2, was 1-2 laufen Guck 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 Oh, okay. Oh, ein Brunnen? Nice. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. In dem Fall ein Maulbeerquellen nennt sich das, aber okay. Ich bin gespannt, was wir lernen. Neuer Zauber? Ja. Ja, gerne. Hm. Kühlen. Ja. Du musst erst umschalten. Wir nutzen auf die Suche nach Gegenständen. Je mehr Gegenstände du findest, desto schneller lädt sich deine Unterstützungsmachie wieder auf. Was sammelt der dann das gleich? Oder? Leider nicht so spektakulär. Und zwar eins. Ich würde da oben. Ich würde sie da ganz oben. Ja. 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 Ach komm! da war hier noch irgendwas interessantes könnten wir nicht mehr einsammeln jetzt waren ja die holen eher nicht wirklich spektakulär ja 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 hier ist noch einer verstärkung wäre ja keine überraschung gewesen wenn dann noch drei wellen verstärkung themen ein neuer umhang wandelt erliebten im schaden in ausdauer um wenn reif einen angriff hat wird ausdauer probleme hat man nicht wirklich dass man da mehr bräuchte jetzt eher nicht so die sachen sind halt wichtig zu finden damit man diesen perp freigeschaltet hat und wenn das sind nur viele mobs aber ich habe jetzt auch nicht wirklich loot gesehen die lasung ist einfach vorbei Oben war doch was gerade noch. Und wie ist der? So, eigentlich wollten wir jetzt 3, aber die 3 ist ja ganz oben am Berg, ne? Aber gut am Berg. Wenn ich das Künsteln aufgewertet habe, dann werden wir am Ende der Folge in der Zuflucht durch so rasten und dann noch schnell neuen Zauberlern für die nächste Folge dann. Hier muss das irgendwo sein. Oh, nein! 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 We qualquer Communism with him zu purpose, hast du? Ich will riesen zu Pon Ja, aber du bist du Porno. das ist das ist die Das war's für heute. Das war's für heute. Du bist nicht Homer, aber trotzdem ziemlich süß. Diese Tiere sind leicht manipulierbar, was? Konstant. Knapp. Knapp. Ja, hier war doch noch eine Kiste. Na, die wohnen wir uns noch. Was krass ist halt, wir haben jetzt zwar schon 500 Mana, aber wenn wir dann die neue Stufe bekommen, kostet ja einer von den ganz guten eh über 100 Mana, also sind das gerade mal 3, 4, 5 Zauber. Das war's für heute. Dann ist es leider nicht mehr so viel Mana, was wir haben. Aber okay. Ich wünschte, die kosten nur 20, 30 oder so. Und wenn nicht, ob es dann mit der höheren Stufe dann auch mehr kostet. Also insgesamt mehr kostet. Ich wünschte, was grün ist. Grün hätte ich eher so glänzlich. Und dann blau ist die nächste Farbe. Blauer. Ich hab gesagt, eher Wasser. So, gut. Dann hätten wir was. Was ist denn? Ich würde sagen, wir haben hier noch ein gutes Ende für die Folge erreicht. Jetzt haben wir es aber wirklich noch mehr. Dann reißen wir in die Zuflucht. Checken das nochmal mit den Zaubern. Wir haben ja hier einen neuen. Sehen wir den irgendwo. Hier. Tschüss. Gefällt dir das? Das haben wir hier verbessert. Wir werden uns verkifften lassen und anders nochmal. auslösen. So. Wie angekündigt. Würde ich jetzt hier erstmal beenden. Die Folge. Und ja. Wir sehen uns dann nächste Runde wieder. Und danke fürs Zuschauen. Servus. Termin. Die Folge.